Schalker Freunde und Sportkameraden in diese 2. Liga da wir ja wieder Bundesligist sind will ich nochmal die Spielerevue passieren da wir jetzt eine lange Sommerpause haben keine Schalker Spiele mehr da sind will ich mit euch nochmal ein bisschen die Spielerevue passieren was passiert ist ich hoffe ihr habt Spaß und schaut mal zu ich weiß noch der erste Spieltag wo ausgelost wo die Spieltage ausgelost worden sind und wir direkt einen Spitzenspiel hatten gegen den HSV 2. Liga 1. Spiel Heimspiel direkt der HSV und ich kann mich noch sehr gut erinnern wir waren in der Zeit im Urlaub in der Türkei und ich habe das aus der Türkei das Spiel mitverfolgt mit meinen Söhnen und da war schon der herbe Rückschlag das Spiel ich zeige auch hier bei zwischendurch immer kommt immer so ein paar Szenen von meiner auch Live Reaktion wie ich da reagiert habe und ich rede noch dabei ja ich weiß noch das erste Spiel gegen HSV und ich weiß noch da durften 22.000 Zuschauer im Stadion war ja noch Corona Zeit die Stimmung war schön das hat Spaß gemacht da endlich mal Zuschauer in den Stadion zu haben ja aber es fing ja gut an für uns nach sieben oder acht Minuten führten wir 1-0 das war schön das war schön da haben die auch guten Fußball gespielt aber dann kam auch direkt die Verletzung von Latzer und dann nach 25,30 Minuten haben wir mit dem Fußballspiel aufgehört ja und dann in der zweiten Halbzeit gingen wir Baden haben wir dann 3-1 zu Hause gegen HSV verloren dann waren wir schon die Laune war schon wieder so okay dann nächster Spieltag der zweite Spieltag in Kiel so ich hab gehofft gehofft ey in Kiel müssen wir jetzt die 3 Punkte holen ja dann spielten wir in Kiel und die Kieler haben ein Feuerwerk abgelegt die haben uns da hinten eingeschnürt der hat ach du scheiße aber durch zwei Standardtore durch unseren Tiroler gingen wir 2-0 in Führung das war ah das tat gut das tat gut obwohl wir gar nicht gut gespielt haben aber durch die Standardtore haben wir 2-0 geführt und dann kam noch das 3-0 in der zweiten Halbzeit und da hatten wir eben den Zahlen gezogen aber in dem Spiel war Kiel klar deutlich besser hatten auch gute sehr gute Torchance aber das Spiel ging 3-0 für uns aus und da war schon mal die Niederlanden gegen den HSV ein bisschen vergessen so da kam der dritte Spieltag dann kam Aue zu uns ja Aue hat man gedacht die haben wir weg 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 man hat es so gedacht dann gehst du 1-0 zur Halbzeit in Führung verdient ja und 2-3 hat es aber gar nichts 0-0-0-0 da fing ich mich schon auch an aufzurägen so das Spiel war ohne System was ist das hier meine Güte keiner läuft und das war ein scheiß Spiel 1-1 Aue hat sie sich den Punkt verdient ja und dann kam das Spiel in Regensburg könnt ihr euch an das Spiel noch erinnern in Regensburg boah ey wenn ich mich an das Spiel erinnere und äh das war ein Spiel da bin ich ehrlich da war da habe ich auch ein Video gemacht äh da habe ich auch gesagt diese Spieler haben keine Eier dann seht ihr jetzt ja im Clip da habe ich gesagt diese Spieler haben keine Eier ja weil dieses Spiel war eine Katastrophe für mich war das eine Katastrophe im Versagen von der kompletten Mannschaft da hat ja gar nichts gestimmt nichts da sind wir 4-1 baden gegangen ok da hast du gedacht scheiße sowas wie sind der FC Schalke 0-4 und gehen bei Regensburg 4-1 verlieren das geht gar nicht das geht gar nicht das tat in unserer Schalker Säge sehr sehr weh dann hatten wir das Spiel zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf da war die Anspannung auch wieder groß und die Zuschauer im Stadion hat man gemerkt äh da war Anspannung wirklich da gehen wir sogar 0-1 zurück gegen Düsseldorf liegen wir direkt 0-1 zurück nicht direkt nach 10-15 Minuten dann haben wir den Ausgleich gemacht und dann war das so eine Hängepartie aber das war ein gutes Spiel da war wirklich alles dabei Zweikampf, Leidenschaft manchmal auch gute Spielzüge manchmal manchmal ja und dann kam das 2-1 und dann hatte Tirole das 3-1 kurz vor Schluss da ist uns der Last das 3-1 war so eine Erlösung für alle da sind mal wieder alle ausgeflippt ist so aber das tat so gut diese nach der 4-1-Klatsche dann dieses 3-1-Sieg gegen Düsseldorf dann spielten wir auswärts in Paderborn ja in Paderborn war das auch wieder so ein Kampfspiel und jeder weiß wenn man in Paderborn spielt dann ist wirklich so ein schwieriges Unterfangen in Paderborn ist schwer zu spielen aber durch Kampf wirklich durch Wille haben wir da das Spiel 1-0 gewonnen da war so ein super Einsatz von Bülter hat sich da durchgeackert und dann den Ball zurückgespielt er wusste Tirole kommt mit bumm 1-0 und man muss ja auch sagen Bülter und Tirole hatten sich gefunden im Sturm ich hatte gedacht ey was will der mit Bülter im Sturm der Gramotz ist aber da hat das funktioniert Bülter und Tirole im Sturm beide zusammen die haben sich super verstanden muss man wirklich sagen und dann haben wir in Paderborn das Spiel 1-0 gewonnen ja dann kam das Spiel zu Hause gegen Karlsruhe und sogar da war ich mit meinen Kids im Stadion hatte mich schon so riesig gefreut ey komm bist du wieder im Stadion und vielleicht holen wir uns ein Sieg meine Kinder freuen sich am Arsch schon wenn ich das sage ey da spielst du zu Hause gegen Karlsruhe ein schlechtes Spiel legst auch wieder 0-1 rückst machst das 1-1 und dann kassierst du und kassierst du in der 88. oder 89. Minute das 1-2 so ein Sonntagsschuss wirklich der Gegner richtig hinlegen oben in den Giebel rein da war ich nicht auch noch wieder im Arsch aber was soll's wir sind Schalke wir stehen immer wieder auf dann kam das Spiel in Rostock für mich war das damals ich weiß habe ich gesagt Pflichtsieg ein Pflichtsieg in Rostock gar keine Frage sind hingefahren nach Rostock war ein schlechtes Spiel von uns ich bin ehrlich die ersten 40 Minuten habe ich gesagt ach du Scheiße wie schlecht spielen wir da in Rostock aber wir in 1-0 die Führung Terode da haben wir in der zweiten Halbzeit da 2-0 gemacht und da hat auch für mich der Aydin ein klasse Spiel gemacht da war eine Situation wo der Terode da 2-0 aufgelegt kriegt von Aydin da hätte er selber machen können aber spielt quer zum Aydin zum 2-0 da kam langsam die Stunde von Aydin so war das mein Gefühl ja dann kam das Spiel zu Hause gegen Ingolstadt und uh was heißt das wenn wir so machen Karate Aydin erinnert ihr euch noch an sein Tor das 2-0 von Aydin Karate überall Fotos wie Karate wieder hoch springt sein Karatesprung zum 2-0 bei der Ecke Hammer Hammer da war jetzt die Zeit von Aydin gekommen da war der wirklich richtig gut drauf kann ich mich erinnern da war der richtig gut drauf da habe ich mich gefreut auf die Region ey jetzt ist er da dann kam das Spiel in Hannover da hat sich leider unser Aydin verletzt nach weiß ich nicht 20-25 Minuten eine schwere Verletzung der auch fiel auch lange aus danach und das Spiel in Hannover oh für mich war das in dem Moment das beste Spiel was Schalke bis dahin gemacht hat weil die waren druckvoll hatten das Spiel im Griff da warst du nie unsicher oder sag mal so da warst du dir 100% sicher ey die kassieren heute hier kein Tor die müssen aber eins machen weil die hatten das Spiel sowas von im Griff die haben jetzt nicht überragend Fußball gespielt nein aber die hatten das Spiel vollkommen im Griff und ich weiß ich war damals auch noch im Stadion in Hannover auch wieder mit meinen Kids und meiner Cousine die die Karten ermöglicht nochmal Tutscha Dankeschön und weiß ich noch da sitzt mein Sohn neben mir und sagt boah Papa ey da war die 88. Minute und sagte boah Papa ey 0-0 schon wieder können wir nicht feiern ja und dann kam Kaminski in der 92. oder 93. Minute Nachspielzeit Ekstase pur Ekstase pur war das das war so ein hammergeiles Gefühl der Sieg in Hannover da waren mindestens 10.000 Schalker in Hannover da durften ja auch wieder 40.000 im Stadion in Hannover das war so schön wieder noch mehr Zuschauern und wir haben so eine geile Stimmung in Hannover gemacht das war wirklich mega mega und dann gewitzt du das Spiel noch in der Nachspielzeit das war Mua Belligzimmer für uns Belligzimmer das war wirklich Hammer und deswegen sag ich mal ja deswegen sag ich ja es war mega in Hannover ja jetzt machen wir jetzt machen wir einen Cut machen wir einen Cut und die nächsten Spiele die ich euch dann erzähle kommt im nächsten Video ja jetzt müsst ihr euch gedulden ey wir haben eine Sommerpause ich muss mir was überlegen nein im nächsten Video wenn ich wieder ein Video mache machen wir dann den zweiten Teil von den Spielen von unseren blauen erzähle ich dann weiter wie ich das immer so empfunden habe und so wie die Spiele waren machen wir im nächsten Video weiter und wenn es euch gefällt Abo dalassen teilen oder irgendwas und schreibt in die Kommentare wie habt ihr damals gesehen weil das auch so ein Gefühl für euch da in den in den Spielen gegen Rostock gegen HSV gegen Kiel oder gegen Düsseldorf schreibt mal wie ihr meine Kommentare wie ihr damals das gesehen habt und dann im nächsten Video machen wir dann weiter mit unseren Spielen von unseren blauen erzähle ich dann weiter dann sage ich mal wünsche ich euch alle doch einen schönen Tag mit euren Familien und Grüße aus Kelsenkirchen zu euch allen Glück auf Ciao Ciao Alevideci Das war's Kiel von der Düsseldorf eine Liebe die Liebe zenten Vielen Dank.